Mein größtes Highlight der Woche ist einmal einen Wocheneinkauf in der Kaufhalle machen. Da sehe ich mal so acht bis zehn Leute. Okay, wir sind hier. Achso, komm mit, schnell, schnell, schnell. Ein armseliges Leben. Da bin ich ja froh, dass ihr wenigstens dann virtuell hier seid. So, hier ist ein Salonstash, wenn du looten möchtest. Hier, da ist ein bisschen versteckt, da vor dir. Ich gucke schon mal ein Stück vor. Jetzt wird es nämlich kritisch. Die kommen uns nämlich jetzt alle entgegen. So, ich bin links von dir. Achja, ich sehe dich ja. Danke Bleispernmer. Hoffentlich bringt es Glück. So, jetzt hier ein bisschen auf dem Beton laufen. Oh ja, Amdu, du hast recht. Äh, ich packe dir mal hier, guck dir mal den toten Skepp an. Aber ich glaube, das mit dem anderen Key haben wir das schon gemacht für dich. Das war da in diesem weißen Container vorne. Ich glaube, das haben... Bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Kann ich blündern? Ja, ganz blündern. Ja, ja. Die Zigaretten auch aufheben. Die brauchst du für eine Quest. Da hat Amdu recht. Ja, die Versuchung war natürlich da. Aber bei mir geht Mission vor Loot. Ja, das wird bei mir auch so sein. Die Erfahrung ist mir bei uns echt noch am wichtigsten. Naja, man... Ja, das stimmt. Du musst vorankommen, wenn du dann auch dein Dings kriegst. Dein Flohmarkt... Genau. Genau. Das auch, ja. Flohmarkt auch. Flohmarkt, Händler, das ganze Programm. Ich meine, man kann es natürlich alles kombinieren, aber... So, wir müssen jetzt hier durchrennen. Was? Das ist nochmal so eine richtige Scheiße. Nein! Mich hat zerwischt. Nein! Hinter mir war einer. Bist du tot? Ja. Ja, ja, ja. Mich hat zerwischt. Er hat mir jetzt einmal in den Rücken geschossen. Einmal. Aber ich glaube, das kam von drüben. Gier bezwingt Vernunft. Na ja, Fynn hat mich verschossen, ja. Scheiße. So. 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 haben wir uns so gut vorgearbeitet. und der hat seinen 100 Meter Headshot gekriegt. So. So viel Glück möchte ich auch mal haben. So. 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 Das war's für heute. ich ja aber ich wäre das nie los mit dem motorrad so habe ich auch angefangen gott möge seiner seele gnädig sein da drüben war auch nicht viel besser wahrscheinlich wir haben nur noch 18 minuten das sieht nicht krieg bestimmt vom skeff noch eins ins maul ist das ein skeff oder eine lampe wie meinst du das will mal meinst du ich sollte lassen als rückendeckung ich weiß nicht wo da sitzt der hund das schnell ist wie mb 7 oder sowas das ist will die jagd aller weg 1 doch ab alle leck mich am arsch gut jungs aber wir machen uns raus glaube ich jetzt hier dass der andere war auch nicht viel besser als der fünfer level 5 er hat unter dem rohr gelegen und ist dann aufgestanden nach beschuss und weggerannt das war auch so ein armer wurst danke danke sehr gut und die misch ist das noch ganz sehr schön naja kann man sich nicht beschweren bis zum nächsten Mal